Hallihallo, willkommen zurück zu Folge 15. Ich will unbedingt ein Scharfschützengewehr. Das erleichtert uns das Kämpfen gegen die Banditen enorm. Daher werden wir versuchen das heute zu bekommen. Wenn noch übrige Zeit ist, gehen wir noch in die Mine. Bisschen Erzfarmen und neben dem ständigen Ausbau der Base möchte ich schauen, dass wir demnächst selber Munition herstellen können. Das wird so die Priorität sein der nächsten Folgen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020